Die digitale Wirtschaft und Start-ups in Bayern haben einen extrem hohen Stellenwert, was sich gleich in zwei Initiativen der Bayerischen Staatsregierung ausdrückt, Bayern Digital und Gründerland Bayern. Es ist für uns sehr wichtig, dass sich Start-ups nicht nur in München bilden, was ja mit den großen DAX-Unternehmen, vielen Mittelständlern eine sehr gute Basis bildet, sondern auch in allen anderen Landesteilen. Dort sitzen vielleicht jetzt nicht die weltweit bekannten Unternehmen, aber auch dort gibt es sehr viele kleine mittlere Unternehmen, die für Start-ups ein wichtiges Backbone bilden können. Natürlich nicht zu vergessen unsere Universitäten, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, unsere außeruniversitären Forschungseinrichtungen und vieles mehr, die sich nicht auf München konzentrieren, sondern in ganz Bayern in der Fläche präsent sind. Der Flying Circus ist für mich eine sehr schöne Initiative, weil er auch in ganz Deutschland unterwegs ist und das Thema Digitalisierung und Start-ups direkt vor Ort zu den Studenten bringt und diese versucht mit Vertretern aus Wirtschaft, Verwaltung, Beratung und so weiter zusammenzubringen und so einen gewissen Funken des Gründerwillens auszulösen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.